Es war an einem Montagabend vor etwa zwei bis drei Wochen in einer Stadt in Tirol. Ich leitete dort gerade ein Kindertreffen. Plötzlich betritt der Vater einer Teilnehmerin den Raum und sagt zu seiner Tochter, komm schnell, wir müssen Lisa suchen, du kennst sie, sie ist abgängig. Lisa ist am Morgen dieses Tages nicht in die Schule gekommen. Ihre Eltern haben sie den ganzen Tag gesucht und am Abend ist eine große Suchaktion gestartet worden. Polizei, Bergrettung, Suchhunde, Wasserrettung, Hubschrauber und andere haben Lisa gesucht. Die Suche war erfolglos. Nach etwa 24 Stunden ist Lisa von selbst wieder nach Hause gekommen. Etwas erschöpft, doch gesund. Sie hat ganz allein in der Nähe der Stadt in einem Unterstand die Nacht verbracht. Sie hat gemeint, ich habe ein wenig Abstand gesucht. Ich bin sehr froh, dass das Mädchen wieder gesund nach Hause gekommen ist. Natürlich hat sie einen großen Fehler gemacht. Sie hat ihre Eltern in Angst versetzt und eine große Suchaktion ausgelöst. Doch ich verstehe ihr Anliegen, Abstand vom Alltag zu suchen. Ich denke, wir brauchen alle diese Distanz zum Alltag. Ich finde diesen Abstand, wenn ich in der Natur bin, wenn ich mit lieben Menschen zusammen bin und besonders dann, wenn ich bete. Deshalb möchte ich jetzt sprechen. Gott, Vater im Himmel, ich danke dir für das Leben. Ich danke dir für den Alltag. Ich danke dir, dass ich dich erleben darf, dass ich bei dir geborgen bin. Du schenkst mir den nötigen Abstand zum Alltag.